Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Ermittler in Brandenburg beschlagnahmen 660 Kilogramm Kokain. Ein Obst- und Gemüselieferant informierte die Polizei, im Großkreuz ist versteckt unter Bananen Kokain entdeckt worden. Es handelt sich um die größte Menge der Droge, die in Brandenburg bislang gefunden wurde. Ermittler in Brandenburg haben eine große Menge Kokain beschlagnahmt. Die rund 660 Kilogramm Kokain hätten einen geschätzten Marktwert von etwa 50 Millionen Euro, teilte die Polizei mit. Den Fund machte demnach am Freitag ein Lieferant für Obst und Gemüse in der Gemeinde Großkreuz. Er informierte die Beamten darüber, dass bei der Anlieferung von Bananen in einem Lastwagen unter den Früchtenblöcke einer weißen Substanz gefunden wurden. Irrtümlich an das brandenburgische Unternehmen geliefert. Ein erster Fortest reagierte den Angaben zufolge positiv auf Kokainhydrochlorid, die üblichste Form der Droge. Das Kokain war in Plastikfolie mit jeweils einem Gewicht von rund einem Kilogramm eingeschweißt und verpackt. Die Bananen dienten den Ermittlern zufolge zur Tarnung der Kokainlieferung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Früchte mittels Containerschiff von Kolumbien nach Deutschland transportiert und irrtümlich an das brandenburgische Unternehmen geliefert worden. An den Maßnahmen vor Ort waren insgesamt 40 Einsatzkräfte beteiligt. Die Ermittlungen dauern an. Hey guys, this is Gangsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.